so was gibt es für taktische optionen eigentlich nur fahren oder mit dem teil hier ich kann ja auch schießen bestimmt ne kann ich nicht aber ich kann aber bestimmt den Platz tauschen ich versuche einfach mal durchzufahren so Das ist richtig nicht so, oder? Kann man sich nicht vorstellen. Aber eine kurze Fahrt. Folgen Sie unserem Raum. Das meinen die Leute hinter vorne. Ja. Okay, das war's. Alle zurück zur LZ. Bewegung, Bewegung. Landungsschiffe im Anflug. Gehen Sie bei dem Fuss in Deckung. Los, los. Erstmal Munition holen. Nein, nicht tauschen. Nein, nein, nein. Gehen Sie bei dem Fuss in Deckung. Bei dem Prachthilfe. Wiedersehen. Nein. 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 Gehen Sie bei dem Fuss. Wieso hängt er denn aus hier wieder? Wieso hängt er denn aus hier an? Was ist das? Der ist gut, fängt doch mal vorhin. Ach, da oben! Na gut, den können wir nicht schlecht verlieren, oder? Denk doch! Denk doch! Denk doch! Denk doch! Verdammter Mist! Cyclob 7 am Boden! Ich wiederhole! Cyclob 7 am Boden! Die sind hinüber! Schlage den Widerstand der Aliens nieder und sichere die Eropulierungszone. Zentrale, hier ist Chino. Wir haben es fast geschafft. Passen Sie auf. Ich sehe Kampfschiffe, die zu Ihnen unterwegs sind. Alcatraz. Ich fürchte, durch die Eskalation der Ereignisse entgleitet mir das Ganze. Ihr Anzug arbeitet jetzt an der Spore, gibt ihr auf Nanoebene eine neue Funktion, baut eine biologische Brücke zwischen unserer Technologie und der der SEF. Aber wir brauchen mehr Zeit. Gehen Sie mit den Marines und tun Sie, was Sie können. Ich habe Sie nicht im Stich gelassen, Alcatraz. Aber wir müssen jetzt alle kämpfen, wenn wir erfolgreich sein wollen. Landungsschiffe im Anflug! Stellung halten und alle erledigen! Das Kettin muss gesichert werden! Die Krone ist hart! Das Kettin muss gesichert werden! Die Krone ist hart! Die Krone ist im Anflug! Die Krone ist schlecht. Die Krone ist einileser, das ist gleich zu Hause. Die Krone ist eine Weile in der Mitte. Die Krone ist ein Spiel, wie er schreckt. Die Krone ist alles. Sie kommen aus dem Pfad! Verdrückt! Linke Blanke! Sieh, sieh! Achtung! Auf den U-Maschinen! Nein! Ich bleibe live an dem Maschinengewehr. Das Ding braucht auch Munition. Was mache ich jetzt hiermit? Okay. Wir sind unterwegs! Granz! Auf der Straße! Es lässt ihn etwas schlecht zielen damit. Jo. Alcatraz, ich fürchte durch die Eskalation der Ereignisse, entgleitet mir das Ganze. Ihr Anzug arbeitet jetzt an der Spore, gibt ihr auf Nanoebene eine neue Funktion, baut eine biologische Brücke zwischen unserer Technologie und der der SEF. Aber wir brauchen mehr Zeit. Kommt Jungs, hier! Warte auf euch hier! Ganz entspannt! Ich habe sie nicht im Stich gelassen, Alcatraz. Aber wir müssen jetzt alle kämpfen, wenn wir erfolgreich sein wollen. Die Munition kann ich mir sparen. Ich kann schon eh nicht vom Himmel holen. Stich gelassen! Dann so. Dann so. Dann so. Nicht weg, wer sollst du nur nachladen? Dann so. 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 Kann ich spiel? Über den Schienen! Vorlos! Erledigen! Wo ist denn jetzt diese komische Waffe, die ich da eben hatte? Die fände ich jetzt nicht mehr. Mach die Wunsch! Maximale Platzung! Alles okay! Alle Ziele neutralisieren! Komm nach oben! Lange auf dem Schiff! Gehe in Deckung! Runter! Runter! Das ziehe ich gar nicht mehr mit! Wie soll ich denn hier mit zielen? Ich komme einfach nicht klar mit dem Ding hier. Geh weg da! Geh weg! Geh weg! Ach komm! Jetzt reicht es aber! Mann! Entgleitet mir das Ganze! Ihr Anzug arbeitet jetzt an der Spore! Gibt ihr auf Nano-Ebene eine neue Funktion! Baut eine biologische Brücke zwischen unserer Technologie und der der Ceph! Aber wir brauchen mehr Zeit! Gehen Sie mit den Marines und tun Sie was Sie können! Ich habe es nicht im Stich gelassen, Alcatraz! Aber wir müssen jetzt alle kämpfen, wenn wir erfolgreich sein wollen! Landungsschiffe im Anflug! Stellung halten und alle erledigen! Das Gebiet muss gesichert werden! Sie kommen aus dem Tag! Schnellung! 1 2 1 2 2 3 2 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Noch eine Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Der verträgt schon ein bisschen mehr Einer, wo ist er? Wo ist der eine? Oh 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 Ich versuch mal hier mit dem Teil, weil das kann ich nicht einsame Alter Alter mal um Na endlich Was? Was soll ich denn jetzt machen? Hm Oh Jetzt lass mich ja nicht wieder von vorne antanzen Achtung Achtung Kampschiff im Anflug Das ist es Marie Hochjagen! Gut Gut Jetzt müsst ihr nur eine Raketenwerfer wieder finden Der Der stand eben hier und Ah da steht er wieder Gut Einmal getroffen reicht Ich weiß es aber nicht Aber nicht Ich weiß es aber nicht Ich weiß es aber nicht Ich weiß es aber nicht Man Achtung Kampschiff im Anflug Das ist es Marie Der Kampschiff im Anflug Kampschiff Kampschiff Kann ich erkennen, ob ich jetzt treffe, das Teil. Dann sammle die doch mal ein. Ich muss erstmal in Deckung gehen. Ich schieße genau da drauf. Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll, ja? Und wo ist das Teil? Okay. 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 Maybe they have a gun shot. But they have no gun shot. Das war's. Das war jetzt die schwere Geburt. Aber das war auch mein Fehler. Man muss am Anfang ein bisschen ruhiger vorgehen und darauf achten, dass man auch Munition hat. Hier rüber, Mann! Los! Schön, dass ich es geschafft habe. Los, wir müssen zur Central Station. Wer zum Teufel ist das? Ich lade jetzt die Koordinaten hoch. Nehmen Sie Ihre Kollegen mit, Sie werden Ihre Hilfe brauchen. Bitte beeilen Sie sich alle. Die SEF werden nicht auf uns warten. Das Hargreaves-Rash-Gebäude. Aber der Haupteingang ist wegen Schutt unpassierbar und das Gebäude ist abgeriegelt. Die Sicherheitssysteme zeigen, dass die Parkebenen zumindest teilweise nicht abgeriegelt sind. Und von dort aus sollten Sie bis ins Erdgeschoss rauf. Gut, das schauen wir uns im nächsten Video an. Geht dann direkt weiter. Bis dann!